Der Tod Der Tod Der Tod Kaum das Licht Der Welt Der Tod 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 Und trotz allem nehme ich auch die Verantwortung für das Negative, habe ich ebenso auch eine Vision, die ich erkenne und verstehe trotz allem in und mit meinem Geist auch die Vision gesichert durch meine Gedanken gesteuert worden ist und sehe bei mir ganz vorne, sehe mich auch dadurch beweitens nicht unwichtig und alles was mir genommen worden ist, hole ich mir wieder zurück und das meins kann ich trotzdem verzeihen, weil die Geistigkeit in mir stärker ist, das ich auch aus der Bibel erkannt habe und sie zieht alles Verstehbare nur mit dem allmächtigen Gott für die Ewigkeit, für immer, das Sein, der Sinn fürs Leben. Für das ewige Sein verstehe ich und begreife, dass ich die Hauptziehe für die Menschheit erkenne, weil ich bisher der Beste Beweis sein kann. Das Schlimmste der Untergang wurde mir in meiner Kindheit schon von einem Jehova vorgegeben und ich habe das Schlimmste sehr wohl erkannt. Trotz viel harter Arbeit und einem harter Sport musste ich schweigen. Einige Jahrzehnte wurde mir viel Angst bewusst. Mit meiner Kraft hat sich alles Negative positiv überdacht und dadurch das Allerschlimmste überlebt und damit auch den Durchbruch für meinen ewigen Sinn erkenne. Zu meinem geistiges Erkennen hat sich auch mein längst verstorbene Menschenkontakt. Durch das Verstehen die Toten leben durch die Lebenden. Ich verstehe dadurch, dass die Menschheit auf diesem Planeten Erde die stärkste durchstehende Kraft von allen Lebewesen und auch das stärkste erkennbare Verstehen, wie es auch nach der Erde im Netzwerk weitergeht. Ich sehe ein tiefes Leid für die Menschheit. Es ist erst der Anfang. Und zu meinem geistiges Erkennen sehr wohl alles ewig sein muss. Für viele Menschen ist das leider nur zu dumm aufgebaut worden. Daher auch die meisten blöden Umstände, die auch negativ herrschen. Der Mensch, der das Leid schon für sein nächstes Sein aufbaut. Für viele Menschen ist das Leben Instinkt wie beim Tier. Bei der Mensch, der das Leichteste, das richtige Denken nicht versteht. Der Geist des Menschen hat uneindliche geistige Funktionen in sich und könnte alles für Mensch und Tier heute besser haben. Dummheit oder Geschehnheit ist für Gott kein Unterschied. Er zählt nur, wie du als Mensch dich zählst. Und Gott liebt Menschlichkeit. Menschlich zu werden und auf dieses hinzuarbeiten, fällt Menschen schwer. Obwohl in Gottes Absicht, die zu gelingen, eigentlich leicht ist. Der Mensch versteht das Leichteste nicht. Darum auch die Komplikationen, was nicht sein dürfte. Du Mensch, spiel nicht mit dem Leben. Ansonsten redierst du dich selbst. Du kannst mit deinen Gedanken alles besser positiv korrigieren. Wir wollen ja uns verbessern, aber nicht verschlechtern. Ein besserer Anfang zu jeder Zeit ist für jede Menschen gegeben. Natürlich, für mich ist alles gärtliche Gelegenheit. Deswegen kommt es nur auf das Denken an. Gottes Zweck und Absicht, es kommt auch auf dich an. Gott zählt Gerechtigkeit der Menschen auf dieser Erde gerade das Wichtigste im Schwerfeld. Das wäre nur die Gerechtigkeit und für das Wichtigste zu dumm ist. Gebe Gerechtigkeit, es gebe kein Verdursten, es gebe kein Hungern, es gebe mehr Hoffnung, es gebe Liebe, es gebe Frieden. Mein Verstehen, wenn die Politiker das verstehen würden, wäre alles zu retten. Für Gott, mein Verstehen, ist die Erde eine Familie und das wird auch immer sein. Du meinst, wenn du das einfachste nicht verstehst, warum ist das auch so geworden? Eigentlich, das verstehen, kann man verstehen. Meine Wahrheit und das positive Denken mit Gott, lenkt mich in die Ewigkeit. Danke. Bravo! Bravo! Und sie rüßt den Hauch und sie rüßt den Hauch und sie rüßt den Hauch. Waffen, Chemikalien, alles wünschen gut. Jeder will hierher herrschen und keiner kriegt genug. So kann es doch nicht weitergehen. Schade um die Welt, dann werden es die Menschen endlich verstehen. Endlich verstehen. Einer zeigt die Macht, die anderen sie leiden. Keiner traut den anderen und sie rüßt den Hauch und sie rüßt den Hauch. Und sie rüßt den Hauch. Und sie rüßt den Hauch und sie rüßt den Hauch und sie rüßt den Hauch.